Mein Name ist Maxi. Ich arbeite seit vier Jahren in den Main-Kinzig-Kliniken als Gesundheits- und Krankenpflegerin. Ich arbeite gerne hier auf der Geriatrischen Station, weil mir das Arbeiten mit den verschiedenen Erkrankungen einfach Spaß macht. Man lernt jeden Tag was Neues dazu. Hi, ich bin die Agnessa. Ich arbeite schon seit fünf Jahren hier in den Main-Kinzig-Kliniken und ich liebe es, im multiprofessionellen Team zu arbeiten, weil wir alle voneinander was lernen können. Ich bin die Mareike, bin 28 Jahre alt und arbeite seit zehn Jahren in den Main-Kinzig-Kliniken. Ich arbeite sehr gern mit alten Menschen. Dies kann ich hier sehr gut verbinden mit Klinikalltag, mit Visitendiensten, die wir hier haben. Wir haben einen stationären Alltag zu den geriatrischen, aktivierenden, therapeutischen Pflegemaßnahmen, die wir hier durchführen. Wir stellen Medikamente, richten Infusionen, arbeiten mit den Ärzten, mit den Therapeuten in einem zusammen. Wir sind hier eine Einheit, ein Team. Wir können miteinander super umgehen. Wir helfen uns gegenseitig in jeder Situation und dies finde ich sehr schön. Wir suchen genau dich.